So, meine lieben Freunde, da sind wir auch wieder. Ja, Kasuja ist auch gleich zu Hause. Da freue ich mich. Warte mal, das, das, das? Ne, geht auch nicht. Ja, weil das, das, das erhebt, glaube ich. Ja, wenn ich das Grüne und das zusammengehe. Blau, grün, rot. Es gab doch irgendwas, das, das hat Dingsbums gemacht, ne? War das nicht irgendwie blau, rot? Das geht auch nicht. Blau, grün? Also mit Blau, grün? Also mit Blau, grün? Ja, nicht. Das geht auch nicht. Mit dem Blau zumindest. Weil Tourmaline ist. Ami steht Tourmaline. So machen wir den gelben. Ja. Grün, gelb macht ja nichts. Grün, blau macht nichts. macht auch nichts ja das sind andere blauer ne das ist nur dunkelblau ok ja gut das bringt uns jetzt gar nichts in dem Sinne da was zusammenschustern zu wollen sag ich mal oh jetzt hab ich mir Kugel drückt ich bin zu doof ich bin Jujov hier mal den blauen ein Saphir ist dort ein Saphir und sie hat auch einen blauen und zwei Rubine ok ah der ist für körperlichen Schaden ah hier unten ist magisch der ist für Schaden zuständig man müsste sich das mal aufschreiben was macht oder so na gut der hat einen kleinen Dings die Chance auf an dunkle Operatoren Zeitleiste zurückschmeißen 6% schneller Vorbereitung ja ok ja gut dann würde ich sagen lassen wir es so wie es ist erstmal uiiii ja Kazuja wie gesagt kommt gleich nach Hause und ähm ich glaub der ein oder andere weiß auch Bescheid dass es denn heute wieder der erste Sonntag ist und dementsprechend äh wird heute auf der Sunny Day kommen jay und äh oder wie es Kazuja sagt sie geht mir eine Runde schlafen und ich feite dabei und ich feite dabei ja so das war aber von mir sind wir auch irgendwo wo wie hieß ne aber schon gesagt ui 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 ja gut dann würde ich sagen versuchen was mit dem E ne mit dem das heißt wir müssen soll das die Spinne sein? die Drache? ich weiß es nicht von mir das sind voll die Rippen rippchen äh ich würd so gern vorher speichern aber nein das ist ins Spiel nicht wirklich vorgesehen ha dann macht der ja automatisch 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 aber vielleicht wird das auch der letzte Fall heute sein los spinne zeig dich 1 2 3 3 4 4 4 5 4 5 6 5 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 6 5 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 6 6 6 7 5 6 6 6 7 7 9 5 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 6 6 7 5 7 8 9 9 10 10 5 6 7 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 12 12 14 15 15 16 16 15 19 11 20 22 22 22 22 23 23 24 24 25 ja ich habe echt kinder an oder meister schatz hier vorne schon genommen ist ja auch schon das ist ein schild schalter schön ja manchmal wissen wir schon mal reingefliegen oh warte mal hier sind die türen mal gucken was sich hinter dieser tür verbirgt waren wir hier nicht schon es kommt mir so bekannt vor von just neulich ich glaube ja das ist auch so eine tür wo man die sequels gekriegt hatte fliege mal einfach so ein stück ich glaube es kommt mir sehr gut einfach boah so what? was denn jetzt los? die lavabullobot? ich bin doch mal weg okay die steigt ins unermessliche ähm soll ich mal da noch mal reingehen? was ist das denn jetzt so? hallo? blauer? ah jetzt hinkt sie wieder auf aber ernsthaft wie gut was ist denn das? ha 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 okay kann man da hinten was sehen? ja ein bisch nein aber hier waren wir schon definitiv aber warum steigen jetzt die lager die lava so hoch an? ich habe keine ahnung okay vielleicht sollte man da nicht mehr reingehen ich habe keine ahnung oh da ist ein fiesch hallo fiesch lass die mal knuddeln na gut aber nur weil du bist eieieiei so erst mal feine na gut der stein hält ein bisschen mehr aus ne? von dem zeug und den brennt man noch mal ein bisschen und da macht er schutzschild ich muss grad so ein bisschen an phantaleon denken ich weiß nicht warum aber wahrscheinlich wegen steinen im gesicht und ja äh wahrscheinlich oh okay den haben wir schon mal zurückgeschlagen äh ähm das mit dem panzer hat nicht wirklich geholfen oder? ja das mit dem panzer hat nicht geholfen äh äh gott das tut mir ja schon fast leid ui wo geht es hier runter? wie gut hi schnudeldudel hi okay ja hier unten war nicht da unser kram ne? waterfall oh hier geht es in eine höhle ii da waren auch schon drin glaub ich ne? das haben wir auch schon hoch gemacht ja gut ähm leidnisse vorjahr spinnen fire in the spinnen doch gut können wir glaub ich auch mal eben knügel hin ich weiß gar nicht ob man sie nur als startaufstellung machen kann das war wiederbeleben ne warte mal ich werde mal ihn kurz austauschen just form austauschen obwohl warte mal die spinnen eigentlich geslowed dann mache ich erst mal das hier drauf und nun hat als fein damit wir nicht geslögt werden ausgewichen haha oh gott hundert alter ist doch nicht mehr feierlich ich weiß hast du was leckeres mitgebracht das ist schön achso er darf auch noch mal ok die untere spinne hat mehr abgekriegt irgendwie von den von den meistern aber na gut so was haben wir denn noch hier was ist das denn? doppeltreffer ja gut der bringt uns jetzt weniger ähm ich bin ja schon wenns das gute stück überlebt er hat überlebt gut bam das ist überhaupt überhaupt egal boah schnudelpudel schnudelpudel wieder rausgegangen gewesen komm hoch Mädel und dann wollen wir hier langsam hinterschmurchel schnudelpudel ja wir uns sind auch spinnen und so weiter glaube ich warte mal hier das war nämlich wie dem gold und so ne oder war hier oder war hier oder war hier oh Gott was wer 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 ist wer bist du denn ne mit dem kann ich quatschen hallo guten tag nicht das leiseste gef keine ahnung ich hab's nicht lesen können ok haltrenke kann man ja immer brauchen ne ja gut geht hier noch irgendwas rein ne ne man muss ja immer bei den Wänden ein bisschen schauen ok das scheint nur ne Mine zu sein ach mir ist natürlich nicht so ne kleine Mine ja gut ist das alles ein kleines Sekund kann man machen muss man aber nicht äh ja schon die andere Seite hier waren auch ja schon ach man hab ich schon erkundet gemacht total mach mal hier kann man nur tadaaa so und wo geht's hier lang ok hier haben wir das hier kann man hier drüben wo geht's denn da hin äh mooooin ha 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 äh tachchen kann ich dir erhelfen mach mal die Urchen zu ok hier oben ist ein Schalter so also Kiste schalter ja meine lieben Freunde dann war das doch wohl noch nicht der letzte Fight für heute weil dieser kleine dicke Stein der wartet auf uns der hat uns ganz doll lieb der will mit uns knuddeln ja gut äh mehr Leben ist auch immer gut und mehr Wasser mehr Wasser so schabadi schabada schabado gut der hat 0.01 und meine Nase juckt mein Näschen juckt so Antidot äh kuriert die Status äh eines anvisierten Verbündeten und stellt 52 LP wieder her und das ist schon mal nicht schlecht hm aber neue Fähigkeit das ist schön so guck mal weiter sie kann auch noch was machen ja 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 hier waren wir ich weiß nicht ob er dahin zeigt wo wir stehen geblieben waren ich glaube ja ja das was wir zuletzt genommen hatten das kann sein so noch jemand ohne Fahrschein Punkte hallala ich guck nochmal hier ähm oh ein blauen haben wir ja auch noch ein Saphir ei 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 jetzt haben wir auch wirklich viel Gramm kann ich zusammen kloppen Amethyst ok und was ist mit dem grün ein Tourmalin war das nicht mit dir ich weiß nicht mal ich weiß nicht mal und Citrit oder wie das Ding heißt ja irgendwann ist ein Ende ne irgendwann ist ein Ende oder ja ja da gibt es bestimmte Lösungsdinger und alles mögliche dafür ein Schmaragd ok geht da irgendwas in mit dem roten mit dem roten mit dem roten aber andere aber zwei davon müsste du auch mit ok Okay, da war ein dritter noch für. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was die Dinger noch machen. Gewinnt ein 10%ige Chance auf Angriffe während der Vorbereitung. Ah, Chance auszuweichen, glaube ich. Feuerwiderstand, also da sollte man ein bisschen drauf achten, hier mit dem Feuerwiderstand. Habe ich so das Gefühl. Hier hat auch Feuerwiderstand. Maximal Leben. Vielleicht mache ich das hier weg und gebe ihr mal was anderes. Maximal MP. Oh, Plusphion. Das könnte ich dem Magier geben. Den grünen Zulong. Ist auch irgendwie... Ach, guck mal, da kann man ja runterklicken. Ja, Moin. Magie. Oh, zurückwerfen. Das ist gut. Das ist auch gut. Ja, gut. Haben wir doch ein paar Steinchen mehr, als ich dachte. Gucken wir mal weiter. Magischer Schaden. Okay. Er könnte einen Roten hier gebrauchen, ne? Körperlichen Schaden. Feuerresistenz. Ah, das riecht aber lecker. Ähm. Warte mal. Der hat einen kleinen Citrit. Citio. Citio. Können wir den großen geben, oder? Ja, 10%. Oh, das ist schon mal viel besser. Aber hier haben wir einen blauen Angriff verursacht. Schauen wir uns auf 10%. Lähmung. Ah ja, Lähmung gab es ja auch noch. Blitzschlack. Ist ja gar nichts gegen Feuer, ne? Ausweichen. Hab ich schon eigentlich vorbereitet, ne? Okay, ja gut. Ist auch nice, sag ich mal. Also wäre gut, wenn du mehr Magie hast. Oder so. Ah, zurückwerfen. Ja, geht hoch. Da höhlt Magie um viel.